Ein möglicher Kunde sucht die Agentur auf. Fotograf Armand Tambouli plant ein Kunstprojekt und benötigt ausgefallene Models. Der gebürtige Ägypter ist erfolgreich als Mode- und Kunstfotograf. Seine Arbeiten genießen internationales Ansehen. Über 30 Frauen in historischen Uniformen hat er bereits geshootet. Zum Abschluss sucht er noch drei außergewöhnliche Models. Die Fotos sollen bei einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Mein Konzept geht halt um Frauen, die in ihrem Leben kämpfen. Das heißt, Frauen, die vielleicht gegen Krankheit oder in ihrem Leben einfach im Alltag kämpfen, gegen Rassismus oder gegen bestimmte soziale Aspekte. Und da fand ich diese Verlinkung mit Militär und mit Frauenrolle in Gesellschaft und so weiter, fand ich halt interessant, das alles zu verlinken. Sechs Wochen später findet in Kreuzberg die Vernissar statt. Ein Jahr lang wurden fast 40 Frauen in Uniform von Armand Tambouli fotografiert. Das Bild hier ist einer meiner Lieblings, weil ich finde es halt so viele Emotionen und es ist sehr ausdrutsstark. Für alle Anwesenden ist dies ein besonderer Abend. Fantastisch, die Fotos hängen alle an der Wand. Armand hat großartige Arbeit geleistet mit den Fotos. Und alle meine Models sehen umwerfend aus, weil sie Misfit-Models sind.